Hey Leute und willkommen zu dem großen, kleinen YouTuber-BVP-Battle. Und wir spielen hier mit 14, oder, nee, jetzt sind es ja nur irgendwie 20 oder so, oder 25 YouTuber, weil die meisten, also viele haben es auch noch vergessen. Auf jeden Fall, Fö und ich sind ein Team mit ganz vielen anderen. Das hier sind alles YouTubers, die wir jetzt alle gleich töten werden. Also soviel schon am Anfang. Und ja. Hashtag ihr sterbt. Ihr werdet alle sterben. Alle sterben. Boah, alter Flo, du hast im Team geschrieben, du bist so schlecht, ne. Du musst ein Hashtag vor deiner Nachricht machen. Okay, Leute, Varro beginnt in 10 Sekunden. Und jetzt bin ich auf einmal so richtig unvorbereitet, Flo. Ey, wo bist du überhaupt? Du bist einfach gar nicht neben mir. So richtig, so richtig. Ich hab eine Holzschwitzsache, Flo, komm mit. Siehst du mich? Ja, sehr gut, komm mit runter. Oh Gott, ich bin oben auf dem Berg. Okay, Flo, komm, wir müssen hier irgendwie lang, ne. Komm mit. Wir haben ja noch Schutzphase. Komm runter hier. Oh fuck, sind die viele. Okay, wir müssen weiter. Alter, man verliert schon Essen. Was ist das denn für eine Scheiße? Oh, wir sind den Wasserfall hoch. Hä? Ja, okay. Oh fuck, Leute. Das ist eine Scheißbiome, ist das. Wir müssen das nur hinter uns bekommen. Diese fucking Scheiße. Scheiße. Alter, ohne Witz. Das kotzt mich an. Aber wenn wir hier, es wird keine, es werden nicht so viel. Hier, Flo, hier durch die Höhle. Ja. Torben. Ja, ich hab eine Holzschwitzhacke. Ich kümmere mich um Schweine. Okay, ich baue Holz, äh, Stein ab. Da ist auch Kohle gewesen. Ja, ich sehe es. Flo, ähm, wir müssten aber eigentlich erstmal weiter weg, oder? Ja, wir können hier aber Schweine mitnehmen. Ja, dann beeil dich. Ich baue mir ein Holzschwert, oder? Oh, nee, nee, nee. Flo, wir müssen weiter, echt. Ey, Tom. Ja, hier. Eins, zwei. Schnell, beeil dich. Ich baue die Kohle hier ab. Nein. Ich baue den Crafting Table ab. Ähm, ich, ja, okay. Mach das schnell. Ach, ich soll den abbauen? Ich schnitzel nämlich Schweine. Okay, ich hab den Crafting Table. Flo, jetzt komm. Flo, wir müssen weiter. Echt. Töte es doch. Geht nicht, doch. Komm, hier, hinten. Siehst du mich? Gut. Hier, hier hoch. Guck mal. Schnell, 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 schnell. Nur noch 20 Sekunden Schutzzeit, Leute. Dann werden hier schon die ersten bestimmt sterben. So, wir verkriechen uns jetzt hier schön hinter diesen Bergketten. Da können wir uns auch erstmal einen schönen, oh Gott. Flo, ich hab schon, ich kann schon nicht mehr rennen. Ich muss meinen Apfel genießen hier. Warte, wir müssen uns jetzt hier da hinten in den Berg bauen. Dann können, dann, ja, das nimmst du mit. Da sind Kürbisse. Aber nee, das bringt uns eh nichts. Bei Kürbiskuchen können wir, hier sind ganz viele Schweine, Flo. Das ist gut. Lol. Was ist das hier? Die Mapgrenze. Ja, hier ist die Mapgrenze. Okay, das heißt, wir sind ganz außen. Und wir bauen uns hier in den Bergflor. Guck mal, siehst du? Und da hinten wäre ein Dorf. Das ist so ein Witz. Egal, hier rein, komm. Siehst du mich? Äh, nein. Ja, komm zurück. Gut. Sneak. Ja, ich baue hier gleich einen Ofen hin. Dann können wir braten. Ich hab ja schon Kohle. Ach so, dieses Flammengebilde ist die Mapgrenze. Wie viel Holz hast du? Äh, nur zwei Fichtenholzbretter. Scheiße. Boah, scheiße. Sind hier denn hier Bäume? Äh, ja, etwas Entfernung. Ah, nee, da ist noch einer, den nehme ich eben schnell mit. Oh, da ist der erste gestorben. Jo. So, ich baue uns jetzt hier unser kleines Lager. Boah, Alter. Green ist leider noch da. Ja, genau. Wir haben nämlich einen ausfindig gemacht, der uns ein wenig Konkurrenz machen könnte. Und, ähm, ja, aber der lebt noch, leider. So, Flo, ich baue uns jetzt hier erstmal unser kleines Zwischenlager. Macht mit Dilly, oder? Flo, jetzt, komm einfach. Ja. Ich hab keine Zeit für sowas. Nein, ich wollte doch nur fragen, ob der Green mit Dilly geht. Nein, der macht mit Merby, glaube ich. Oh Gott. So, der hat uns übrigens unser Banner gemacht. Vielen Dank nochmal daran, an ihn. So, guck mal, hier sind Öfen. Hier kannst du ein bisschen Fleisch reintun. Geh mal weg da. Und hier. Äh, ja, äh, hast du das verteilt irgendwie noch? Naja, mach ich. Ja, ich mach's schon. Okay. Ja, ich hab noch gar kein Schwert. Flo, kannst du mir mal Holz geben? Äh, ja. Und dann mach ich auch direkt eine Steinspitzhacke und dann baue ich uns mal weiter runter. Ja, das, wir brauchen so eine, so. So, eine Steinspitzhacke und noch eine Steinspitzhacke für dich. Flo, pass mal auf, guck mal kurz, dass keiner kommt. Alter, mein Holz verteilt sich in meinem ganzen Inventar, was soll das? Noch keine Spitzhacke, bemerke ich gar nicht. Ja, ich mach dir gerade eine. So, hier. Hier. Da. Ich brauch Fleisch unbedingt. Alter, ich hab meine Spitzhacke auch hingeworfen zu dir. Kannst du mir die wiedergeben? Achso, ja. Ich dachte, das wär die Holz. Ne, danke. Okay, Flo, jetzt baue oben zu, hast du? Okay, dann, ich mach noch eine Steinschicht dahinter. Mit Gebratenen am besten. Achso, nee, scheiß drauf. Wenn, dann baut sich hier eher einer rein, weil er unseren Namen gesehen hat. Aber jetzt sneaken wir. Auch, wir müssen ein bisschen nach links. Ja, ich baue mich nach links, du baust dich erstmal gerade runter. Dann machen wir hier schon solche Stripmine-Systeme, so ein bisschen. Wir haben die Flammen. Ich muss mich ein bisschen nach links runter. Ja, okay, ich baue gerade auch nach links runter. Wir brauchen auch Fackeln. Ah ja, ich hab das Ende der Arena erreicht. Da brauchen wir unbedingt, äh, Kohl. Kohl, 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 Kohl. Wir sind aber, da sind wir auch anfälliger. Ähm, ich mach mal ganz kurz, äh, Ah, nee, ich hab gar keinen Holz mehr für Holz, Kohl. Wir brauchen unbedingt Kohle, Flo. Und Holz. Ja, äh, Holz auch, aber wir brauchen unbedingt Kohle. Äh, ja. Nägst du? Ja, ja. Ich sehe überhaupt nichts. Das ist meine Helligkeit. Grafische Helligkeit ist hell. Aufnahme gar nichts. Das ist natürlich scheiße jetzt. Ja, warte, ich muss mal kurz. Ich ändere. Eigentlich. Ich weiß nicht, wie wir das machen sollen, Flo. Soll ich mal kurz rausgehen und einen Baum holen? Von mir aus. Okay, das ist ziemlich gewagt. Aber ich muss das versuchen, damit wir Holzkohle machen können. Nimm uns zwei, drei mit. Ja, ich versuch's. Ich kann für nichts garantieren. Ich mach mir dann schnell ne Axt. Zur Not müssen wir nicht so viel schneiden, denn das ist nur ein Part. Ach ja, genau. Ach fuck, ich hab... Oh, Green ist gestorben! Green, yeah! Oh, MT war mich gestorben. Ja, macht ja nichts. Du brauchst nicht schreiben. Okay, Flo, ich bin jetzt... Ah, ich will nicht meine Spitzwecke verschwenden. Wir haben im Moment so wenig Holz. Sorry, Green, aber das ist geil, ey. Oh fuck, ich bin draußen. Okay. Okay. Hol ein paar Bäume. Ich versuch's. Also, sobald hier einer ist, Flo, musst du direkt rauskommen, ne? Wenn ich sage, äh, wenn ich rumschreie gleich... Storben, sag mal, leften die einfach. Die sterben ja alle schon, oh. Ja, wie viele sind noch da? Ah, sind noch einige da. Warum sollten die leften? Weil die nur so sterben. Ja, vielleicht sind die irgendwo runtergefallen oder vom Skelett erschlagen. Die sterben von... Die sterben von... Ja, vielleicht kriegt man ja auch nicht die Nachricht. Hier. Ja. Ich hab grad Angst, dass ein Creeper runterkommt. Ich hab gesehen, in unserer Nähe ist auch ne Höhle, also wir könnten auch in ne Höhle gehen. Und ich hör'n Enderman, uncoole Sache. Bin jetzt auf Höhe, äh, 41. Ja, bau dich mal runter auf, äh, damit wir so in den 11er-Bereich kommen. Äh, in den 30er meine ich natürlich, ne? Wer Survival-Games-Ach, Survival-Games-Season gesehen hat. Der kennt diesen Insider natürlich. Hallo. Ah, immer dieses Hashtag-Teil. Oh, ich hab keine... Ich find, man hätte das machen sollen, dass man im Team schreibt. Dann hätte man, äh, irgendwie Slash-T machen sollen. Und global normal schreiben. Dafür ausgelegt, wenn man nicht skypt und ein Team hat, dieser Server. Wir spielen auf dem öffentlichen Server. Auf craftgames.eu, äh, Server werden wir, denk ich mal, auch in der Description. Genau, wenn wir es nicht verpeilen, dann steht da unten in der Beschreibung. So, Flo, ich hab jetzt 29 Holz, das sollte uns reichen. Dann hol ich uns natürlich noch ein paar Schweinchen hier auf den Weg, weil, wenn hier gerade schon keiner ist, muss ich die Situation natürlich nutzen. Äh, ja, nutz... Also, äh, Kanal ist natürlich auch Toms Video, das werd ich, denk ich mal, auch noch machen. Nein, ich denke, dass, äh, ich kann das vielleicht auch mit einem... Also, wenn du willst, kann ich das auch mit einem Split-Screen machen. Das heißt, dass du... Also, dass immer das, bei dem es gerade spannender ist, ähm, ist Hauptbildschirm und beim anderen ist oben in der Ecke. Das finde ich aber scheiße irgendwie. Ja, das müssen wir halt hinterher besprechen, wie wir das machen. Nee, nicht! Ups. So, ähm, okay. Ich baue da mal wieder zu hier, mit Keys. Der nimmt jetzt auch vernünftig auf. Nicht, dass dieses scheiß Projekt... Ja, sonst haben wir ja noch meins. Ja, ja, genau. Wenn eins auch nicht richtig aufnimmt. Meins nimmt richtig auf, das... Das kannst du mir glauben, mein Freund. So, ich kann mal hier...